so und damit kann ich das umgespannte werk hier wahrscheinlich abreißen oder kein strom wer hat keinen strom die toilette dank ihrer harten arbeit ist dieser auftrag abgeschlossen da ist noch mal ein großes umspannwerk dann brauche ich noch ein großes umspannwerk das baue ich dann hier hin so jetzt noch einen velociraptor mit 80 prozent ausbrüten den hier ausbrüten und noch mal ausbrüten mittlerweile haben wir fast 7 millionen und dann wollten sie noch einen diplodocus den müssen wir noch ein bisschen was forschen upgrade ausbrüte tempo 3 erfolgsrate 2 und nochmal ausbrüte tempo gut die stettenkapazität immer die und noch ein velo den hier einmal aussondern und neu ausbrüten wie sieht es im moment in der spiel alle aus dann ist eine expedition wieder zurück und dann waren es diplodocus und da hin und da hin dann sind wir wieder zurück sieh Wie sieht es im Moment da aus? Das ist okay. Das ist auch mehr als okay. Futterstation muss aufgefüllt werden. Wo? Hier unten? Dann fülle mal auf. Da. Da. Haben wir noch was rotes? Ja, danach kannst du die noch auffüllen. Ja. wege einmal ersetzen möchte ich einen großen weg eigentlich nicht mal auftrag als erledigt markiert großartige arbeit so 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 Hier unten hatten wir keine grauen Wege mehr, ne? Nein. Hier unten hatten wir keine grauen Wege. da noch einen großen da ist natürlich der strommast im weg eingehende übertragung regiert die welt darum ist dieser nächste auftrag auch so interessant sollten sich das wirklich ansehen ich hoffen sie im forschungszentrum folgenden kosmetischen gehen savannah in wahrheit hassen ist die anderen abteilung dass sie uns typen aus der unterhaltungsindustrie brauchen ich habe selbst ein informationssystem gearbeitet ich meine wahl gefunden habe ich sehe das jetzt eher als sie hassen uns weil sie nicht so sind wie wir da hat es gerade meine andere mission rausgekickt hier ist die herausforderung was sehen menschen gerne etwas neues das ist ein problem denn die hauptattraktionen sind alle hunderte millionen jahre alt also müssen wir ihnen etwas neues geben versuchen sie am besten ein paar kosmetische modifikationen zu finden mal schauen was draus wird ein überraschungsdiener diese tiere sind ernstzunehmende kreaturen und von natur aus das ist beeindruckend versuchen sie nicht einhörner daraus zu machen ok laut ihren letzten forschungsergebnissen sollten wir in der lage sein einige dinos mit diesen kosmetischen modifikationen zu züchten dann werden wir sehen ob es sich gelohnt hat neue dinos aufregend die gäste werden sie lieben sonst ich tue was ich kann um ihnen zu helfen tun sie dasselbe für die sicherheitsabteilung machen wir das nicht was schon was könnte ich denn forchen ich kann nämlich noch nicht das gebäude erforschen die sicherheitsabteilung schuldet ihnen was das ist alles isra matt und zeus müssten wir eventuell mal zurück irgendwann hier haben wir noch keinen kleiderladen auf wenn die Hier vielleicht noch eine Einschiebenbahnstation. Hier auf der gegenüberliegenden Seite könnte ich noch eine bauen, falls es geht. Nein, geht im Moment nicht. Wackel, wackel, wackel. Wackel, wackel, wackel. Wie sieht denn aktuell die Parkbewertung aus? Die Nahrung könnte etwas besser sein. Getränke könnten etwas besser sein. Spaß! Dafür ist die Toilettenbewertung mittlerweile bei 100%. Okay, sieht gut aus. Sind mittlerweile 2, 3, 4 Luziraptoren fertig. Den hier ausondern und den hier freilassen. Genau. Quietsch. Einsam, zufrieden. Und den nächsten auch noch freilassen. não. Was ist das? So, damit haben wir vier, fünf Philos hier in dem Gehege. Hier könnte ich eventuell ein bisschen was von dem Wald wegnehmen, ein bisschen. Okay. Okay. So, es sieht aus wie ein Dino. Lassen wir. Jetzt sieht er komisch aus. So, besser. Was sind die Philos? Da sind sie. Was hackt ihr aus? Nichts. Das ist gerade gut. Die suchen doch bestimmt wieder nach Schwachstellen in irgendwelchen Zäunen. Okay. Aber ich glaube mittlerweile habe ich auch wieder lange. Dieser neue Auftrag wurde praktisch für eine Person mit ihren Talenten gemacht. Genug aufgenommen. Und würde sagen, damit soll es das für die Aufnahme auch mal wieder gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Leute, ciao. Bye. Bye-bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020